Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu 7 Deadly Sins. Wie versprochen werde ich heute den Gildenboss versuchen und versuche da halt so viele Punkte rauszuholen wie es nur geht. So, dann machen wir den Boss erstmal auf normal. Wie ihr wisst habe ich ja beim letzten Mal mein Team zusammengestellt. Ich frage mich jetzt gerade warum. Achso, das ist das falsche Team. So, hier haben wir den Gilden. Das Gildenboss Team. Und dann gucke ich mal, was ich da so rausholen kann an Power. Ich versuche jetzt einfach mal mit Angriff, ich weiß nicht wie stark der jetzt wird oder wie viel meine Leute jetzt einstecken. Es kann natürlich total in die Hose gehen. Aber ich mache jetzt erstmal auf Angriff, dass ich hier ein bisschen mehr Angriff habe. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mal und versuchen unseren ersten Versuch beim Gildenboss, um so viele Punkte wie möglich da zu machen. Und drücke mir mal die Daumen, dass das auch alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wird nämlich alles nicht so einfach, den Gildenboss platt zu machen und dabei eine gewisse Punktzahl zu erreichen. Weil man sollte in der Woche mindestens 1200 Punkte erreichen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Das ist der Gildenboss. Ich habe auf jeden Fall schon mal mehr Punkte als er. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Aber jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Ich kenne jetzt die Fähigkeiten von dem einen hier nicht so. So, was haben wir denn hier alles für Fähigkeiten? So, was haben wir hier? Fügt den Schaden in Höhe von 72 an alle Feinde. Was ist das hier? Erhöht angriffsbezogene Werte von allen Verbündeten. 15 Prozent. Das sollte ich natürlich so hoch wie möglich haben. Dann brauche ich hier natürlich den Eiszauber auf maximale Stufe. Das ist auch sehr wichtig. Dann brauche ich von Gopher natürlich die, um Fertigkeiten zu erhöhen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und ansonsten würde ich jetzt einfach erst mal die einfachsten Angriffe reinknallen, die man halt hat. Ja, knalle ich jetzt einfach mal rein. Und gucke jetzt einfach mal, was wir hier an Schaden drücken. So weit es machbar ist. Müssen wir natürlich aufpassen. Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich Jericho hochkriege. Dass sie die maximalen Wertheit erreicht. Also hier habe ich wieder, hier habe ich schon mal zwei von denen. Das ist schon mal optimal eigentlich. Ich bräuchte aber noch einmal Eis, damit das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann würde ich sagen, verbinde ich die erstmal miteinander. Die hier verbinde ich auch miteinander. Jetzt brauche ich noch einmal Eis, damit das auch alles so funktioniert. Jetzt fehlt natürlich der Angriff von Jericho. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon alles irgendwie auf die Kette. Da habe ich den zweiten Eis-Zauber. Das ist schon mal sehr wichtig. Bin ich mal gespannt, ob das auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das ist natürlich alles so ein bisschen jetzt versuchsmäßig. Und wir haben auch schon ein kleines Problem, weil der geht nämlich gleich in die Ulti. Und ich habe echt keine Resistenz und das ist natürlich auch ein großes Problem. Jetzt muss ich Jericho, muss ich natürlich irgendwie jetzt hochkriegen. Aber ich glaube, der erste Versuch, der wird jetzt schon direkt ein Fehlversuch, glaube ich. Ich glaube, meine Verteidigung reicht einfach noch nicht aus, um wirklich das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Jetzt habe ich natürlich hier, habe ich schon ziemlich hoch. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass mich der, die Ulti jetzt nicht total kaputt macht. Okay, er hat, er hat Gopher angegriffen, das ist gut. Jetzt haben wir Gift. Ja, das wird natürlich alles nicht so einfach. Jetzt muss ich gucken. Ich kann natürlich das hier schon mal reinknallen. Dass das ein bisschen hoch geht. Jetzt verschiebe ich den einfach. Ich darf ja natürlich auch nicht zu viel Schaden jetzt machen. So, jetzt habe ich die drei, habe ich schon auf Maximum hoch. Das ist schon mal echt gut. So, jetzt hat Gopher natürlich sein... Ja, das ist natürlich blöd. Jetzt habe ich von Jericho natürlich keinen Angriff. Das nervt mich schon wieder total. Weil ich muss von Jericho natürlich den Angriff so hoch wie es geht bekommen. Und da darf auch keiner von den Leuten sterben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Bisschen blöd, ne? Ach, Kerr. Ich... Ich muss aber auch was loswerden. Verdammte Kacke. Ja, ich knall jetzt einfach mal irgendwelche... Attacken hier rein. Und hoffe, dass ich jetzt gleich mal... Den richtigen An... Den richtigen... Nochmal von Jericho irgendwie in Angriff bekomme. Weil ich will natürlich, dass die Ulti von Jericho... Mega rein... Ja, das kann ich eigentlich schon direkt verkacken. Weil, äh... Das hat eigentlich keinen Sinn mehr. Ja, das hat alles keinen Sinn mehr, würde ich sagen. Das ist natürlich jetzt richtig doof gelaufen. Weil Jericho natürlich jetzt absolut keinen Angriff hatte. Und, äh... Ja, was soll ich jetzt sagen? Das bringt halt absolut null eigentlich, was ich jetzt hier gerade mache. Aber egal. Ich mach jetzt einfach mal noch die Angriffe. Vielleicht hab ich Glück. Aber jetzt kommt gleich sowieso die Ulti von dem Boss. Und dann wird einer meiner Charaktere wahrscheinlich draufgehen, wenn ich Pech habe. Und das ist... Überhaupt nicht so toll. Ich glaub, den Angriff hab ich noch gar nicht gezeigt. Uh, jetzt ist der Bosch schon fast tot. Das ist natürlich richtig schlecht. Ja, jetzt komm ich natürlich den Angriff... Von Jericho. Und mein Eistyp ist tot. Und damit hat sich die ganze Sache schon erledigt. Äh, Kampf aufgeben. Jawohl. Da müssen wir es nochmal versuchen. Ja, das ist natürlich ein bisschen Luck, welche Angriffe man halt bekommt. Und, äh, wenn Jericho da halt keinen Angriff bekommt. Und die Ulti halt frei zu geben. Ist das natürlich echt, echt mies. Ja. Aber egal. Wir haben ja mehrere Versuche. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Und hoffen, dass das jetzt einfach optimal passt. Ja, also es sah schon gar nicht mal so schlecht aus. Also meine, meine Charaktere halten den Angriff auf jeden Fall stand. Ja. Ja, also das sollte nicht das Problem sein. Ja. Also, soweit ist das noch nicht so schlimm. Man kann natürlich noch einiges verbessern am Team. Da brauche ich noch eine Resistenz, äh, Klamotten, ne. Damit, äh, Gopher keinen Schaden kriegt. Dann, äh, erhöht er natürlich auch nochmal den Angriff. Ohne Ende. Ist auch sehr wichtig. Und jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass wir hier einfach die richtigen Karten bekommen. Das ist ähnlich. So. Jericho muss natürlich als erstes sitzen. Dann packen wir direkt mal ihre beiden Angriffe rein. Machen wir seinen Angriff noch da rein. Und von ihm. Jericho ist natürlich am wichtigsten. Die muss echt zusehen, dass sie schneller ihre Ulti fährlich kriegt. Und dann hoffe ich, dass das alles so funktioniert. Ah, gut. Jericho ist nochmal ein Angriff da. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber jetzt fehlt mir natürlich der Eis. Und der... Andere Buff. Aber egal. Wir kriegen, wir kriegen das hin. So. Jetzt habe ich hier nochmal die Ulti hochgezogen. Jericho braucht auch noch den Angriff. So. Jetzt wollen wir hoffen, dass das jetzt alles schnell vonstatten geht. Ich brauche jetzt einmal den Eis-Zauber. Diesen anderen Buff brauche ich nochmal. Und am besten nochmal Jericho. Ah, war ja klar. Okay, einen haben wir. Das geht auf jeden Fall schon mal klar. Das ist echt mies. Das ist echt mies. Das ist echt... Ich brauche jetzt nochmal einen Eis-Zauber. Und nochmal von Jericho. Damit das klappt. Das ist richtig mies, ey. War ja klar. Okay, Eis-Zauber habe ich nochmal. Da muss ich jetzt echt Glück haben. Er greift Grover an. Das ist schon mal gut. Wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl. Okay. Das juckt ihnen gar nicht. Gott sei Dank. Ja, Gift. Gift, Gift. Ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. So, dann machen wir jetzt erstmal Eis hoch. Dann können wir hier schon mal den Buff machen. Den können wir rein machen. Und den hier auch. So, Jericho. Was ist los mit dir? Warum kriegst du keine Angriffe? Das nervt mich gerade tierisch. Das ist echt scheiße. Vor allem, wenn die jetzt gleich stirbt. Na toll, jetzt kriegt sie einen Angriff. Das reicht aber nicht. Das ist nur ein Stern. Wir brauchen zwei Sterne. Von jedem anderen habe ich die Ulti. Nur von Jericho nicht. Der, der wichtig ist. Das ist echt nervig. So, dann machen wir den. Machen wir den. Machen wir den. Und den verschieben wir einfach mal. Und hoffen jetzt, dass Jericho nochmal den Angriff bekommt. Damit wir nochmal, dass wir da nochmal ein bisschen was bekommen. Komm schon. Ist doch nicht wahr, ey. Ich könnte kotzen. Ich könnte echt so brechen gerade. Ja, hat sich schon wieder erledigt. Jericho ist tot. Können wir nochmal von vorne anfangen. Tja, Leute. Das ist nochmal der Nachteil bei so einer Live-Session. Der passiert schon mal viel Scheiße. Und somit seht ihr auch, ist nicht gestellt. So, versuchen wir es gleich nochmal. Wir müssen ja 1200 Punkte erreichen. Und das heißt, wir müssen so viel Damage, wie es nur geht, bei dem Boss machen. Und das ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, das muss echt super fluppen. Damit das alles so passt. Und Jericho ist ja natürlich das, eigentlich das, was am meisten kommen sollte. Und die kriegt einfach null Angriffe. Das richtet mich gerade so auf. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Es herpert jetzt wirklich nur daran, dass Jericho halt nicht in ihre Ulti kommt. Alles andere hat eigentlich bis jetzt super funktioniert. So. So, ähm, jawohl, 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 und weg damit. Machen wir erstmal die einfachsten Angriffe rein. Jetzt muss es einfach funktionieren. Jericho braucht jetzt mindestens fünf Angriffe hintereinander. Bei mir ist auch zwei Sterne, wenn wir total pupe. Jawohl, zwei Stück. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann fehlt nur noch ein einziger Angriff. Und dann könnte es schon direkt weitergehen. Den hier haben wir auch schon auf Silber. So, dann machen wir den, den und den machen wir auch noch da rein. So, jetzt müssen wir echt nur noch echt Glück haben, dass das endlich funktioniert. Und jetzt bin ich echt langsam Depri. So, da haben wir den zweiten Feuerzauber und den, das könnte jetzt wirklich klappen. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass Jericho halt wirklich nur noch einen Angriff kriegt. Das wäre natürlich optimal. So, machen wir erstmal Eis auf Level 2. Da haben wir schon den auf 2. So, dann können wir den Zauber auch direkt wirken und wirken den auch noch. So, jetzt haben wir die beiden schon auf Gold. Jetzt müssen wir hoffen, dass er wieder Gopher angreift. Es ist wieder kein Angriff dabei. Ey, es ist doch nicht wahr, ne? Ich könnte brechen jetzt gerade. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Ja, das Jucko fand ich. Alles cool, alles cool. Na, jetzt habe ich hier zigtausend von denen hier, die mir überhaupt nichts bringen. Ja, machen wir, keine Ahnung, auf ihn hier. So, machen wir den auch noch raus. So, jetzt muss Jericho echt einen Angriff bekommen, sonst war es das wieder für diese Runde. Komm, Jericho. Jawohl, Jericho hat einen Angriff gekriegt. Jetzt darf nur keiner sterben. Wäre natürlich besser gewesen, wenn er vorher den Angriff, wenn sie vorher den Angriff bekommen hätte, in der vorigen Runde. Aber, jetzt ist das eh egal. Obwohl, ich mache noch den Eis-Zauber rein. Dann ist der weg. So, jetzt geht Jericho endlich in die Ulti. Und dann können wir endlich loslegen. So, jetzt haben wir natürlich hoffen, dass das alles hier klar geht. So, Jericho hat ihren Angriff, ihre Ulti. Okay, jetzt darf natürlich keiner draufgehen von denen. Sonst ist das nämlich wieder gewesen. Oh, 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 oh. Okay. Puh, es hat funktioniert. Also, was machen wir? Wir machen zuerst den Buff. Das Eis. Und dann die Ulti von Jericho. Und dann können wir von mir aus den hier noch machen. Das ist scheißegal. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich den Crit so weit hochkriege. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Wie viel Schaden wir machen. Könnte man natürlich sie noch mit Crit ausbauen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. 239.000. Das ist natürlich nicht das, was ich erwartet habe. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das sind 284 Punkte. Ich habe gehofft, dass da viel mehr bei rumkommt. Das ist jetzt blöd. Das ist echt blöd. Ich habe echt gedacht, da würde mehr bei rumkommen. Aber gut, das kann man natürlich vorher nicht wissen. Das heißt, ich muss noch einiges tun an meinen Chars, damit das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe jetzt echt gedacht, da kommen ein bisschen höheren Power bei raus. Und irgendwie kam da jetzt gar nichts bei raus. Das ist jetzt echt doof gelaufen. Aber naja, egal. Wir haben schon mal unseren ersten Punkt erreicht, sag ich jetzt mal. Puh, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das noch alles erhöht bekomme. Aber gut, das ist mein Problem. Aber so sollte man das auf jeden Fall machen. So sollte es normalerweise auch funktionieren. Aber irgendwo muss ich jetzt zusehen, dass ich nochmal für Jericho ein Crit-Outfit herbekomme. Das heißt, ich brauche nochmal eine neue Rüstung. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich versuche mein Bestes. Und dann versuche ich das nochmal. Und vielleicht zeige ich euch dann nächste Woche, wie man es dann wirklich richtig macht, dass man da auch wirklich auf seine, keine Ahnung, eine Million Schaden kommt oder so. Weil das ist jetzt echt nochmal wichtig, dass das alles so funktioniert. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.